Was ist? Ich will jetzt hier nichts spoilern Achso Vielleicht auch nicht, deswegen hab ich gesagt zum dritten Mensch zum Viertel Shinigami Also das nicht gesagt zum Viertel... Mensch zum Viertel Shinigami und zum Viertel Hollow und hätte dann das letzte ausgelassen aber ich wollte das nicht so spoilern weil ihr seid ja beide nicht so weit Er ist Pony, die Brony Er ist ein Viertel Brony, so jetzt ist es raus Er ist Broly aus Dragon Ball Nee, Brony Weißt du, ich fand ein Brony ist? Du musst doch gut sagen, dass ein Brony ist Ich hab den jetzt nicht gehört Äh, ein Anlitteren Alters, der mein bisschen Tonys Fan ist Achso, Gigi Brony? Oh Gott, Tom Oh, halt mal, ich wollte Dürfel Tom ja gar nicht kennen, ne? Wer ist Tom? Musst du nicht wissen Musst du nicht wissen Äh Turo kennt den und Turo kennt den und Elians Bruder Lukas kennt den Turo kennt den und somit auch euch Aber Ich find diesen Leel A est seltsam Wenn du dann siehst, so ein pferd 40 jähriger Der sich mein den Boni anguckt ganz ehrlich ich hätte morgen ich werde die kann machen was er will aber ja ich bin ich bin ich bin und ich kann es nicht nachvollziehen ich mag die Serie nicht er wird wegen der auch mit dem Jahr auf keinen die Klausel Und, na gut, es ist halt eine Serie wie Spongebob, die als Kinderserie angefangen hat, in einer Zeit als seine Machadoras genau ziemlich viel erwachsen, haben die angefangen ein paar Jokes zu verstecken, die eigentlich teilweise ziemlich heftig sind. Ja, vor allen Dingen der Joke, ich glaube das ist einer der bekanntesten, wo Gary Spongebob erwischt, wie er gerade Pornos guckt. Ja, es ist eine Natur-Doku gewesen, aber so wie er reagiert hat, war er halt... Ah, Gary! Oder also dann auch einfach mal ohne die gesamte Haut abgerissen bekommen, du dann einfach mal sein Innenleben siehst. Also ein Mist. Ja, es gibt auch eine Menge, es gibt auch ein paar Discs, die cutten, ich sag jetzt nicht cutten, sondern Discs, die an Ältere gerichtet sind. Ich bin froh, dass die von Disney nicht bei manchen Märchen nicht die Original-Version genommen haben. Wieso? Brutal? Ähm, nicht nur das... Die sind auch teilweise ziemlich verwertet. Ich meine, der böse Wolf hat Rotkäppchen, bevor er es gefressen hat, vergewaltigt. Ah, okay. Und in noch einer anderen Fassung, in der verdammt alten, ist Rotkäppchen dem bösen Wolf entkommen, weil der böse Wolf wollte sie vergewaltigen und sie hat dann zu dem bösen Wolf gesagt, ähm, ich bin mal kurz kacken. Und dann ist sie kacken gegangen. Und dann kam... Ja. Ja, diese Märchen, die Rundkäppchen vergewaltigt sind die mittelalterlichen Vornos. Ja. Oder, ähm, Arielle, die kleine Mähjungfrau. Gut, sie hat ihre Stimme aufgegeben, um an Land zu können. Der Prinz hat aber gedacht, dass eine andere das gewesen wäre, die ihn gerettet hat, hat sich dann natürlich in die verliebt. Und die hat dann geheiratet mit der Kinder bekommen und sie hat dann den Prinzen getötet. Damit sie wieder zurück ins Meer kann. Ah, okay. Weil die Hexe gesagt hat, nöp, du kriegst deine Flossen nur wieder, wenn du ihn tötest. Also das ist dann die Person, die über alles geliebt hat, einfach umgebracht. Ja, Märchen sind toll. Ja. Ja, ich find den Dolben auch so toll. Oh ja. Oder der Suppenkasper. Ja. Und diese ganzen alten Märchen so schön. Ja. Äh, die, ja, diese deutschen Kinder. Das soll kein Kind mehr vorlesen. Nee. Es gab auch schon die Theorie, dass heutige Kinder verweichlicht werden. Hm. Diese ganzen Hobby-Gangster heutzutage. Hm. Diese ganzen Hobby-Gangster heutzutage. Hm. Ach ja, Hobby-Gangster, ja. Aber irgendwie tun mir die Kinder heutzutage leid. Wir hatten, wir hatten, wir hatten den ganzen Mittag bis Nachmittag mit Anime im Fernsehen. Die haben Berlin Tag und Nacht. Hm. Oh Gott. Ich lese gerade das 8. Kapitel von Dragon Ball Super. Ja. Wir haben den ursprünglichen Heimatplaneten der Saiyajins mit dem Namen Salat übersetzt. Was? Der fucking Planet der Ulf. Und der Sage. Also nicht Planet Vegeta, sondern den davor. Ach so. Verdammt noch mal Salat. Der Planet vor Vegeta. Salat. Ja. Im Ursprung von der Ulf. Holt, ähm, viele, viele Jahre auch nur als Osarus gelebt haben, bis sie dann zu Saiyajins weiterentwickelt haben. Die haben Digitaria. Ja, die haben den Namen hier einfach mal mit... ... gesetzt. Okay. Ja, Dragon Ball war ursprünglich von den Namen wie Kakarot und sowas, ähm, an sowas angelehnt, weil es eigentlich gut werden sollte, äh, für gesündere Ernährung. Also zumindest Dragon Ball Z. Das normale nicht. So. Die hat das dann aber verworfen, weil das Konzept einfach viel... Ja, weil das, ähm, Konzept, so wie es aufgefasst wurde. Also dass dieser Kampf-Anime, den heutzutage fast jeder kennt, den eigentlich jeder kennen muss, äh, muss. Weil das einfach viel besser ankam und wieder gelassen. Und jetzt übersetzen die das hier so. Alter, da gibt es das hier echt scheiße. Was heißt denn Kakarot übersetzt? Ja, ähm, Kakarot sollte eine Anspielung sein auf Karotte. Alle Namen in Dragon Ball oder Dragon Ball Sets sind Anspielungen auf irgendwelche Lebensmittel. Ja. Außer, ähm, Freezer und Cooler. Und Cell, ja. Ja, ja, Freezer kann man mit nem Kühlschrank noch irgendwas machen. Ja, ja, Freezer Kühlschrank, coole Gefriertruhe. He, okay. Ja, King Cold, ja, König Kälte. Dabei heißt ja schon so ein Goku-Kölf, nun die Getochterei. Ah ne, Goku ist gekochter Reif, oder? Was? Goku ist doch irgendwie gekochter Reif. Geht. Bitte? Das könnte sein. Das könnte sein. Das war's für heute. Ach ja... Ja... Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, mein Telefon. Das war's für heute. Das war's für heute. Wisst ihr, was ich mir jetzt bestellt habe? Das ist ein, ähm... Ja, fast schon ein Spielzeug, aber... Das ist wie cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und, äh... Und, äh... Und, äh... Und, äh... Das war's für heute... Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab's für heute. Ich hab's für heute... Und, äh... Das ist auch so ein gutes Zwischendingen. Er setzt in einem Sinne nützlich, weil die Flaschenwaffe ist, und an der anderen Seite die Spielzeuge. Oh, ich glaub, diese Missile lohnt sich irgendwie hier. Oder brauche ich die da hinten grad eher? Hm, ne, der hat noch keine Infanterie da in der Nähe. Ja, einfach mal in die größte Einheitenmasse reinschmeißen. Das Teuerste, was es gibt. Ein Kanbei-Schlachtschiff. Yay, ein Schlachtschiff. User in your channel timed out. Darts-Crow. Das hat Darts-Crow rausgeschmissen. Du, 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 du... Okay. Ich fand ja auch die Leute lustig hier in der Beta und jetzt ist das ja live in Nordamerika und Europa, ne? Ich fand's nur witzig, weil ich hab das Spiel nämlich schon vor Jahren gespielt. Und zwar in der koreanischen Beta. Ich hab mich für die koreanische Beta angemeldet. Hab mir ein Beta-Account besorgt. Hab das dann in Korea gespielt, auf den koreanischen Server gespielt. Da ist Crow wieder da. So, die sind aus meinem Internet abgespackt. Ich geh mal davon aus, dass dein Skype dann auch rausgehauen hat, oder? Ja. Willst du wieder eine Bildschirmübertragung? Ich bin schon wieder drin im Gespräch, ich hab die Bildschirmübertragung. Ach, du hast sie immer noch, okay. Ja. Deswegen hab ich ja auch schon Planet 2, äh, fettet sich da Online 2 gespielt. Rokette fettet sich da Online 3. Du, 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 du. Hm? Bro. Ich glaub, er fliegt wieder raus. Oder ich flieg raus, wenn keiner rauskommt. Ich höre dich noch laut und deutlich. Ich höre dich auch. Ist es das jetzt schon wert? Oder spare ich auf eine Super? Genau. Du bist der Kommandant. Ach, ich brauch die jetzt. Wenn du es brauchst, dann benutzt. Du bist der Kommandant. 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 Und das ist wertvoll. Und Andy braucht jetzt auf jeden Fall einen Flak. Weil da kommen jetzt eine Menge Flugeinheiten auf mich zu. Und bis Iglis Jäger da ist, dauert das noch ein bisschen. So. Mit Kannbei kann ich hier nicht mehr allzu viel machen. Der muss sowieso nur dieses Geschütz da unten kaputt machen. Hm.